Eigentlich solltet ihr gerade ein ganz anderes Video sehen, zwar auch thematisiert zu The Walking Dead, aber ein anderes Video. Aber holy shit, es ist vor kurzem eine Nachricht gedroppt worden, sag ich mal, die uns The Walking Dead Fans wahrscheinlich, weiß ich nicht, sehr sehr glücklich machen wird. Ich drück's mal nur so aus, weil es ist holy shit, ultra krass. Denn es wurde ein weiteres The Walking Dead Spiel angekündigt und zwar keins der Telltales Reihe oder nichts anderes, sondern was ganz was Neues. Und der Titel des Games heißt The Walking Dead Destinies. Und warum dieses Spiel so interessant ist, wann es erscheint und vor allem warum das für uns The Walking Dead Fans und vielleicht auch vor allem für mich als The Walking Dead Kanal, nenne ich's mal. Warum das so interessant ist, ja, das erfahrt ihr in diesem Video, also bleibt gerne dran. Und damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Leute, vielleicht seht ihr es, ich bin mega am sweat, mir ist ultra warm. Ich weiß nicht, ob es am Wetter liegt oder einfach an diesen fucking geilen News, aber irgendwo ran wird's liegen, aber ich scheiß einfach mal dermaßen drauf. YOLO. Vor allem möchte ich kurz mal sagen, danke Leute für die ganzen Komplimente zu meiner Freeze. Ich hätte irgendwie nicht damit gerechnet, aber hey, ich bedanke mich recht herzlich und auch gleichzeitig fettes Dank für den fucking Support auf dem letzten Video. Alter, das Video war so schnell, so gut angekommen, super viele Daumen hoch, super viele Kommentare. Kann natürlich oder wird natürlich zum größten Teil an der längeren Pause gelegen haben, aber holy shit, vielen Dank Leute. Aber ich möchte jetzt nicht so großartig um den heißen 3 rumreden, denn das werde ich vielleicht in einem extra Video ansprechen. Denkt dran Leute, weiterhin, ihr könnt mit dem Hashtag Couch Comments gerne mal ein paar Fragen in die Kommentare ballern oder irgendwo anders hin, die ich mir raus suchen werde und dann in einem extra Video beantworten werde. Und da werde ich dann wahrscheinlich auch mal über das Thema der Sommerpause reden. Aber wie gesagt, erstmal beiseite schieben und jetzt geht es hier in diesem Video um das Thema des Videos, um das wahrscheinlich geilste Game, meiner Meinung nach, wahrscheinlich Äonenzeiten wird es überstehen und überdauern und zumindest hoffentlich. Und ja, wie gesagt, es geht um The Walking Dead Destinies. Wie ich auf dieses Game aufmerksam geworden bin, naja, ich erklär's mal so. Ich saß auf der Arbeit, es war Mittagspause, ich hab auf mein Handy geglotzt, hab ein bisschen durch TikTok und diverse Social Medias gescrollt und auf einmal, BOOM! Trailer von The Walking Dead Destinies und ich erstmal so, was ist The Walking Dead Destinies? Und wahrscheinlich viele Leute, die sich dieses Video hier angucken, werden genau das gleiche gedacht haben. Und darum gehen wir heute mal auf die 5 großen Punkte, die 5, ich sag's mal, ich nenn's nicht W-Fragen, weil es keine 5 W-Fragen sind, naja. Aber die 5 großen Punkte, mit denen wir uns mal ganz kurz hier befassen müssen. Denn wir kennen es bei Games, meistens ist die Vorfolge leider größer, als dann am Ende das Spiel ist, aber das hoffen wir hierbei nicht. Nichtsdestotrotz, ich starte einfach mal mit der ersten Frage. Und naja, das erste ist tatsächlich eine W-Frage und zwar, was, also was ist The Walking Dead Destinies? Ja, es ist mehr oder weniger ein What-If-Game, also ein Was-wäre-wenn-Spiel. Grob zusammengefasst, The Walking Dead Destinies wird Staffel 1 bis 4 der originalen The Walking Dead Mutterserie, äh, ja, ne, bespielen. Also da werden wir uns aufhalten mit allen Charakteren, die wir kennen. Relativ originalgetreue Designs, also nicht so, sag ich mal, abgewandelt, sondern Schauspieler sind sehr gut gelaufen worden. Wie es mit der Synchronisation ist, das weiß ich nicht. Ich fände es natürlich super geil, wenn es sowohl in Deutsch als auch Englisch mit den Originalstimmen besetzt wird. Glaube ich leider weniger dran, aber naja, das sei erstmal hinten angestellt. Die Grafik des Spiels, seht ihr wahrscheinlich gerade hier in irgendeinem kleinen Trailer, ist für die heutige Zeit natürlich nicht super krass. Also, es ist eher so im Mid-Range-Bereich an Grafik. Es ist natürlich nicht schlecht, aber halt auch nicht so, es ist halt nicht FIFA 23, es ist aber auch nicht COD, es ist aber auch nicht Minecraft. Und ja, am Ende des Tages, wie gesagt, befassen wir uns mit der Story und das ist ganz wichtig mit der Story von Staffel 1 bis Staffel 4. Was man aus dem Trailer heraus sieht und was natürlich auch logisch ist, was man eigentlich hätte erwarten sollen, ist, natürlich wird es extra Missionen geben. Missionen, wo man mal gegen eine größere Horde kämpfen muss. Also, es wird wahrscheinlich nicht, wohl vielleicht auch schon zum Teil, aber es wird wahrscheinlich nicht hundertprozentig jeden Millimeter akkurat abklappern, beziehungsweise es wird wahrscheinlich auch extra Missionen geben, wo man vielleicht halt mal eine andere Szenerie besichtigt, als man in den Staffeln gesehen hat. Augenscheinlich finde ich, wie man es im Trailer gesehen hat. Aber um nochmal auf den ersten Punkt anzusprechen, das ist ein What-If-Game, also Was-wäre-wenn-Game, ja, und zwar die große Besonderheit. Und das, was wahrscheinlich der Grund ist, dass dieses Spiel supergeil werden kann, wichtiger Punkt, es kann super werden, ist, wir haben Entscheidungsmöglichkeiten. Jetzt denkt ihr euch, aber hä, es spielt doch die Story von Staffel 1 bis 4. Wo sind da Entscheidungsmöglichkeiten? Hab ich mich auch gefragt. Und ja, es ist ganz simpel erklärt. Und zwar mit dem nächsten Punkt, und zwar wie. Also, wie wird das Ganze im Spiel ablaufen, beziehungsweise wie wird es umgesetzt werden? Und das ist einfach supergeil gelöst, vor allem für Leute, die so, was wäre, wenn Videos auf YouTube machen, oder Leute, die sich auch allgemein mit dem Thema, was wäre, wenn in The Walking Dead befassen. By the way, kurz mal am Randevent, es wird wahrscheinlich demnächst wieder mal ein paar hier so, was wäre, wenn Videos hier auf diesem Kanal zu The Walking Dead, aber wahrscheinlich auch eher zu Fear The Walking Dead kommen. Deswegen, ich habe auch schon gesehen, viele Leute freuen sich schon auf Fear The Walking Dead-Content. Ja, what if, also was wäre, wenn Videos kommen, definitiv wieder in Massen zurück, denke ich. Das nun mal am Rande erwähnt. Ja, wie gesagt, wie, ja, ganz simpel, wir haben die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, bedeutet, in Momenten in der Story eine andere Richtung einzuschlagen. Wie zum Beispiel, was wäre, wenn Laurie bei der Geburt nicht gestorben wäre? Bam, könnten wir hier theoretisch entscheiden. Was wäre, wenn Shane Rick getötet hätte und nicht Rick? Shane, das wird natürlich im Trailer hauptsächlich angespielt. Auf jeden Fall, das ist auch so eine Möglichkeit, was wäre, wenn? Und je nachdem, bildet sich die Story halt neu. Bedeutet, augenscheinlich können wir quasi unsere eigene The Walking Dead-Story erstellen. Nach unseren Vorlieben, mit unseren Entscheidungen, die wir hätten getroffen im Verlauf der Serie oder halt auch nicht getroffen hätten. Auch so ein Merle wäre vielleicht auf dem Dach geblieben oder halt auch nicht. Das sind alles Sachen, die wir theoretisch entscheiden können. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ist das gut oder schlecht umgesetzt? Darauf spiele ich gleich mal noch kurz an. Jetzt gehen wir erstmal zum nächsten Punkt, der wahrscheinlich die meisten interessiert und mich natürlich auch am meisten interessiert hat. Und zwar, wann und wo? Also, wann kommt das Spiel raus und worauf kann man es überall spielen? Das ist relativ kurz zusammengefasst. Geplant ist es, dass das Spiel am 14. November diesen Jahres rauskommt. Also gar nicht mal mehr so lange hin. Und vor allem, wenn, wie es in meinen Hoffnungen und Träumen sich ausmalt, das Spiel lange spielbar ist und sehr viel Widerspielwert hat, was ich hoffe, dann habe ich auf jeden Fall eine Beschäftigung über den ganzen Winter, was Gaming angeht. Ja, definitiv. Der ganze Spaß erscheint dann für PC, Playstation 4 bzw. Playstation 5, Xbox One bzw. Xbox Series X oder Series S und wie viele Versionen es auch noch gibt, Nintendo Switch und selbstverständlich auch auf dem PC. Und was kostet der ganze Spaß? Ja, natürlich, die wollen natürlich unser Geld wieder aus den Taschen ziehen. Ja, das Ganze wird 49,99 kosten, also 50 Euro. Ein typischer Preis für einen Vollpreistitel halt. 50 Euro, wenn es so ist, wie man es sich erhofft, worauf ich jetzt zu sprechen komme, lohnen sich die 50 Euro auf jeden Fall, weil Spielstunden werden da gesammelt. Ja, und nun gehen wir nämlich auf die nächsten zwei bzw. die letzten zwei Punkte ein. Das ist einmal Pro und Contra. Ich fange hier einfach mal mit den Pros an. Und zwar sage ich es einfach mal in der Wenn-Form. Also Wenn. Es ist ein großes Wenn, aber wenn das Spiel so gut umgesetzt ist, wie man es sich vorstellt, bedeutet, wir können jegliche Entscheidung treffen. Heißt, von der kleinsten Fliege, die wir nicht töten, bis hin zum großen Elefanten, den wir leben lassen. Und das in jeder Situation wirklich immer und vor allem auch, dass sich dann wirklich das Spiel wirklich ändert danach, wäre es super stark. Bedeutet, ich mache eine Sache nicht und eine komplette Story ändert sich. So hätten wir unendlich viele Möglichkeiten zu gucken, ob irgendetwas gut ausgegangen wäre in der Serie oder halt nicht. Wie gesagt, für diesen Kanal Gold wert, weil ich könnte theoretisch ein Gameplay erspielen, wo ich ein Was-wäre-wenn-Szenario wirklich echt durchlaufen lasse und mir nichts ausdenken muss. Dann gut, vielleicht geht hier und da ein bisschen Kreativität und Charisma flöten in den Videos. Aber ein, zwei Videos auf diesem Game basieren, könnte man theoretisch machen. Und wie gesagt, dadurch, dass unendlich viele Möglichkeiten bestehen, könnten, könnte man jegliches Story-Ending machen. Von A bis Y, alles weg, es wäre alles möglich. Aber auch das könnte nur passieren, wenn wir diese hundertprozentige Entscheidungsfreiheit haben. Ich nehme als Beispiel Detroit Become Human. Das ist sowohl momentan das einzige Game, wirklich das einzige Game, was eine Story hat. Du machst am Anfang eine Sache nicht und das ganze Spiel ändert sich demnach. Dann machst du aber nochmal eine andere Sache, dann ändert sich es wieder. Der komplette Spielverlauf wird in jeder Entscheidungsmöglichkeit komplett beeinflusst. Wirklich komplett. Warum ich das so detailliert sage, kommt gleich bei den Contras. Wie gesagt, es wird alles beeinflusst. Und das wäre das perfekte Spiel. Es wäre Hammer und du hättest Spielstunden, Spieldauer, die würde jeglichen Rahmen sprengen. Aber kommen wir nun zu den Contras. Wenn, und es ist wieder ein sehr großes Wenn, wenn das Game aber schlecht umgesetzt wird. Bedeutet, wir haben fixe Entscheidungsmöglichkeiten. Heißt zum Beispiel, wir entscheiden, ob Shane Rick tötet oder Rick Shane. Wir entscheiden, ob wir Merle auf dem Dach lassen oder nicht. Wir entscheiden, ob wir Sophia da hängen lassen oder nicht. Wir entscheiden, ob wir, ich muss gerade mal kurz überlegen, was passiert in Staffel 1 bis 4. Wir entscheiden, ob wir uns mit dem Governor anfreunden oder nicht. Dann, es sind zwar auch viele Möglichkeiten, aber es wären Fixpunkte. Und das heißt, es würde wieder sehr viel eingeschränkt auf die Handlungsfreiheit stoßen. Und man würde sagen, okay, also heißt es gibt wirklich nur minimale, ganz minimale Einflussmöglichkeiten. Plus der Aspekt, wenn es nicht super umgesetzt wird, könnte es bedeuten, dass wir dann halt auch quasi eine feste Story haben, die halt diese 5, 6, 7 Möglichkeiten hat. Und die sich dann demnach stricken. Bedeutet, ich töte Shane in der Variante. Mach dann den nächsten Schritt anders. Geht der Geschichtsfahrt. Das heißt, am Ende kommst du vielleicht auf 10 verschiedene Geschichten. Grob jetzt mal gesagt als Beispielzahl. Man kann maximal 10 verschiedene Enden dieses Spiels erzeugen. Bedeutet, es gäbe nur 10 Möglichkeiten, dieses Spiel zu beenden, was halt super eingeschränkt wäre. Natürlich sind die 10 hier frei erfunden. Haltet euch jetzt nicht an der 10 fest. Aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Dass die Story weiterhin einen Fluss läuft, aber halt nur 2, 3 Sachen halt entschieden werden, die halt einen kleinen minimalen Aspekt ändern. Und da wir uns auch nur zwischen Staffel 1 und Staffel 4, beziehungsweise von 1 bis 4 befinden, ist auch gar nicht mal so viel gesagt, dass es wirklich krass viele große Enden geben muss. Es kann halt sein, dass sich Kleinigkeiten, wie gesagt, verändern. Vielleicht überlebt Laurie, weil Shane am Leben ist. Aber auf der gleichen Seite könnte Carl vielleicht früher sterben, weil Shane am Leben ist. Und somit wäre halt meine Befürchtung, dass wir am Ende vielleicht immer nur so 2 Möglichkeiten haben. Ja, entweder oder. Du gehst den Weg, du gehst den Weg. Und wir hätten sowas wie bei Infamous Second Son. Da ist auch ein gut-böses System, aber das wirkt sich gar nicht auf die Story aus. Es wirkt sich allerdings auf ein paar Nebenmissionen aus, aber auf die End-Story nicht wirklich groß. Es passieren... Es gibt halt 2 mögliche Enden. Das eine ist mit der Entscheidung, das andere ist mit der anderen Entscheidung. Davor habe ich Angst, dass man halt einfach nicht seine eigene Geschichte erspielen kann, sondern wirklich sich trotzdem noch zu 90% aufhalten muss an den Sachen, die halt vom Spiel vorgegeben sind. Das wäre so das Worst Case, nenne ich mal. Es wäre natürlich vielleicht immer noch ein super Spiel, vor allem, weil man halt auch sehr viel selber spielt. Es ist ja nicht ein reiner Film, wo man Entscheidungsmöglichkeiten hat. Nein, wir spielen noch Missionen. Bedeutet, vielleicht ist sogar wieder zu den Pros. Vielleicht kann man sogar aus Versehen in einer Mission jemanden sterben lassen, was eine Entscheidung wäre. Aber wenn man in einer Mission stirbt und man wiederbelebt wird und wiederbelebt wird, bis man die Mission schafft, da sind dann wieder die Entscheidungsmöglichkeiten, die so ein bisschen von uns weggeschoben werden. Und das fände ich ein bisschen schade. Grob zusammengefasst, das Spiel kann unfassbar super gut werden, aber es kann auch einfach 0, 8, 15, wir geben die Entscheidungsmöglichkeiten spielen, was aber am Ende des Tages vielleicht wirklich gar nicht so viele Entscheidungsmöglichkeiten beinhaltet. Ich hoffe natürlich auf das Erste. Ich hoffe natürlich darauf, dass ich hier Hunderte, Tausende Spielstunden in diesem Game verbringen kann und jegliches kleine Detail am Ende rauskitzeln kann, um halt so viel Spielerfahrung oder was heißt Erfahrung, so viel Spielspaß wie möglich am Ende da rauszuholen und nicht so einen halt, ja, nach 30 Stunden durchgespielt, spielst es nochmal, hast auch das dritte Ende und das fünfte und das zehnte Ende und ja, dann bist du halt auch durch. Das sind so die zwei Negativpunkte, die wir auf die Waagschale legen müssen. Das Ganze werden wir aber erst wirklich hundertprozentig erfahren, wenn mehr zum Spielen noch preisgegeben wird und oder beziehungsweise wenn das Spiel released wird. Ich werde es egal in welchem Szenario werde ich mir holen und werde es spielen und werde darüber auf diesem Kanal hier reden. Da werden wir zwar wieder ein bisschen mehr in der Gaming-Richtung, aber da es sich immer noch um The Walking Dead handelt, bleiben wir auch in der Serienrichtung. Also ich denke, das ist für uns alle cool, oder? Ja, und somit bin ich am Ende des Videos angekommen und jetzt kommt nämlich ein großer Aufruf an euch, Leute. Habt ihr von The Walking Dead Destinies mitbekommen? Wenn nein, was erwartet ihr euch nach meinen Aussagen und vielleicht nach dem Trailer, die ihr euch angeguckt habt? Und wenn ihr es schon gesehen habt, ja, auch die Frage, was erwartet ihr davon? Also seid ihr ähnlicher Meinung wie ich, so ein bisschen skeptisch, aber mit viel Hoffnung? Oder wisst ihr vielleicht sogar mehr und ich habe einfach schlecht recherchiert? Kann natürlich auch sein. Vielleicht wissen wir schon genau, was für Entscheidungsmöglichkeiten uns gegeben sind. Vielleicht aber auch nicht. Wie gesagt, ich gehe dem Ganzen ein bisschen kritisch gegenüber, aber halt auch wirklich nur minimal, weil am Ende des Tages kann es auch immer noch ein super gutes Spiel sein. Mit zwei, drei, vier, fünf Entscheidungsmöglichkeiten und nicht 500. Sehen wir halt dann, ne? Wie gesagt, schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat oder euch es vielleicht auch informiert hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr sowieso schon da unten in dieser Spalte seid, sage ich mal, lasst doch gerne ein Abo da. Ich würde mich sehr darüber freuen und es wird euch nicht wehtun, weil hier kommt maximal, wenn alles gut läuft, zweimal in der Woche, beziehungsweise zweimal am Wochenende ein Video, was sich halt mit dem Thema Serien, Filmen, manchmal auch Games und momentan hauptsächlich The Walking Dead befasst. Und wenn euch das interessiert, wie gesagt, dann seid ihr definitiv richtig und vielleicht fühlt ihr euch ja wohl und ja, bleibt halt einfach hier. Das müsst ihr entscheiden. Ich würde mich, wie gesagt, auf jeden Fall sehr freuen. Und jetzt möchte ich nicht weiter rumlabern. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ansonsten würde ich einfach nur sagen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video dann wieder. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch wieder. Aber bis dahin bin ich jetzt erstmal raus. Ciao.